Hamageddon bezeichnet in der Offenbarung des Johannes den Ort der entzeitlichen Entscheidungsschlacht im Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Im erweiterten Sinn bezeichnet der Begriff in der Theologie den eschatologischen Entscheidungskampf. Säkular wird er für sehr große, alles zerstörende Katastrophen überhaupt verwendet, Auslegungen der Stelle. Die Stelle wird in verschiedenen Bibelübersetzungen unterschiedlich wiedergegeben. In der 1984 revidierten Lutherbibel und in der Elberfelder Bibel heißt es. Und er versammelte sie zu dem Ort, welcher auf Hebräisch Armageddon genannt wird, mit er können im Kontext der Engel aus Vers 12. Gott der Allmächtige aus Vers 14 oder Christus als Sprecher und Subjekt in Vers 15 gemeint sein, ähnlich die Zürcher Bibel. Nach ihr versammelte Engel die Könige am Ort Armageddon. Anders die Einheitsübersetzung, sie schreibt. Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Sie sieht damit in den Geistern aus Vers 14 dk Sekunden Subjekt zum Verb versammeln. Alle modernen Kommentatoren sehen dies auch so. Der Begriff Armageddon kommt in der Bibel nur im Rahmen der erwähnten Zukunftsvision vor. Der Ort lässt sich nicht eindeutig identifizieren. Mögliche Deutungen sind folgende. H. Megiddo, Berg von Megiddo, ein südlicher Ausläufer des Kamelgebirges. In der Ebene von Megiddo befindet sich das klassische Schlachtfeld Kanahans. Die griechische Wiedergabe von H. M. O. E. D. Des mythischen Versammlungsberges als Versammlungsort wieder göttlicher Mächte und das dämonische Gegenstück zum Versammlungsberg der Götter. Die griechische Wiedergabe von H. Magdenberg-Alexanders des Großen. Nur Versammlung sollt oder auch Kampf fort? Viele Ausleger sehen Armageddon nicht nur als Ort der Versammlung der Könige, sondern auch als Ort der entzeitlichen Entscheidungsschlacht. Sprachlich ist dies aber nicht zwingend, denn vom entzeitlichen Kampf ist an der Stelle und ihrem Kontext nicht die Rede. So kann mit Hamageddon der Ort nur der Versammlung der Könige bezeichnet sein, der Kampf selber aber auch woanders z.B. nahe Jerusalem stattfinden. Moderne Rezeption. Die Erwartung einer entzeitlichen Schlacht bei Hamageddon hat im Leben und in der Theologie der großen europäisch geprägten Amtskirchen keine nennenswerte Bedeutung. Dagegen ist sie für entzeitlich ausgerichtete christliche Gruppierungen und Künstler sehr wesentlich. Durch das in diesen Sondergemeinschaften vorherrschende Bewusstsein der inneren Nichtzugehörigkeit zur vergänglichen Welt nimmt die Johannes-Offenbarung, verstanden als Buch, das den Untergang dieser Welt schildert und den Aufgang einer Neuen eine besondere Stellung ein. In diesem Kontext wird auch das Motiv der letzten Schlacht bei Hamageddon gedeutet. Im säkularen Sprachgebrauch wird der Begriff von seinem theologischen Gehalt entkleidet synonym mit Weltuntergang oder Katastrophe verwendet. Im amerikanischen Dispensationalismus hat sich eine eigentliche Hamageddon-Theologie entwickelt. Sie sieht Hamageddon als tatsächliche Schlacht zwischen dem Israel der Entzeit und den Königen aus dem Osten. Hier wird der Noffb 16,16 erwähnte Ort mit der Noffb 19,11-20 EU geschilderten Schlacht gedeutet, in der die Könige, das Tier und ihre Anhänger von den himmlischen Herrscharen vernichtet werden. Ihr folgt das tausendjährige Friedensreich, in dem Jesus Christus und seine Märtyrer auf Erden herrschen. Dass diese Entzeitereignisse unmittelbar bevorstünden, legen manche Vertreter dieser Sichtweise wiederholt ihren Lesern nahe. Der evangelikale Prediger Hal Lindsey erklärte zum Beispiel in seinem 1980 erschienenen Bestseller The 1980s Countdown to Hamageddon, das die 1980er Jahre sehr wohl die letzte Dekade der Geschichte, so wie wir sie kennen, sein könnte. Und prognostizierte einen bevorstehenden Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion. In diesem Buch wurde das Denken des Kalten Krieges mit einer ganz bestimmten Hamageddon-Auffassung innerhalb der dispensationalistischen Perzeptionstradition vermischt. Zeugen Jehovas Bereits führt Charles Taze Russell, den Gründer der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, war der Krieg von Hamageddon ein so wichtiges Thema, dass er den 1897 erschienenen vierten Band seiner Schriftstudien so benannte. Er meinte damals, dass dieser Krieg bereits im Gange sei und 1914 mit dem Anbruch des Friedensreiches enden werde. Für die Zeugen Jehovas steht die Lehre von der Schlacht von Hamageddon im Mittelpunkt ihrer Theologie. Sie erwarten, dass in naher Zukunft Jehova durch seinen Sohn Jesus Christus zusammen mit dem Engelherr in der Schlacht von Hamageddon das Weltsystem Satans beseitigen und durch das Verheißen tausendjährige Friedensreich ersetzen werde. Der Reggae-Musiker Willi Williams sang 1978 aus der Perspektive der Rastafari-Religion über die Armageddon-Time seiner Gegenwart. Der Song wurde im Jahr darauf von der Punkband The Clash gecovert und erschien als B-Seite ihrer Single London Cooling. Auf dem Debütalbum der christlichen Musikband Söhne Mannheims Zion befindet sich das Lied Armageddon. Dem Lied zufolge hat die Endzeit mit ihren kriegerischen Ereignissen schon begonnen. Gemessen an der großen Anzahl von Filmen, die apokalyptische Themen aufnehmen oder behandeln, kommt Hamageddon in Aufnahme der Johannes-Offenbarung eher selten vor, so Z.B. im Film The Omega Code und Megiddo Omega Code 2. Der zuletzt genannte Film endet mit einem Zitat aus OFFB 11,15 Lut. Häufiger wird das Thema Armageddon in Science-Fiction-Filmen säkular für sehr große, alles zerstörende Katastrophen überhaupt verwendet. Zunächst vor dem Hintergrund des nuklearen Wettrüstens, das letzte Ufer, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, Rückkehr zum Planet der Affen, dann in Anspielung an die Möglichkeiten biologischer Kriegsführung. Der Omega-Man, 12 Monkeys, schließlich mit dem Thema der Invasion außerirdischer, Kampf der Welten, Independence Day. Der Katastrophenfilm in Hamageddon, das jüngste Gericht nimmt sowohl im Titel als auch in einer Szene als der Präsident der Vereinigten Staaten. Die drunde Katastrophe des Asteroideneinschlags als den Tag, den die Bibel Hamageddon nennt, deutet das Thema Hamageddon auf, lässt aber ansonsten keine Parallelen zur Johannes-Offenbarung erkennen. Eine ähnliche Katastrophe ist auch Thema im Film Deep Impact. Auch in der Literatur seit dem 2. Weltkrieg finden sich zahlreiche Belege zur Aufnahme des Themas. Zum einen in der säkularisierten Form, wie beim britischen Historiker Max Hastings, der den Begriff als Titel für sein Buch über den Untergang des Dritten Reiches am Ende des Zweiten Weltkrieges wählte oder dem Science-Fiction-Roman Das letzte Ufer des englischen Autors Neville Schad, in dem durch einen Atomkrieg die Menschheit vernichtet wird. Zum anderen in religiöser Aufnahme des Themas in der Left Behind Roman-Reihe der Autoren Tim Lahaye und Jerry B. Jenkins. Dort kämpft die Armee der wahren Gläubigen gegen die Armee Satans auf dem Schlachtfeld von Megiddo bis schließlich Jesus erscheint und die Feinde der Gläubigen tötet. . . . Vielen Dank.